Hey, ich bin der große böse Wolf. Ich bin der Bösewicht in jeder Geschichte. Wenn ihr nicht ins Gefängnis wollt, müsst ihr gut werden. Hä? Nicht jeder bekommt eine zweite Chance. Was geht, Papa? Eine Chance, in der Welt zu zeigen, dass sie mehr sind als nur ein gruseliges Klischee. Ist es wahr, dass Haie Blut aus einer meiner Entfernung wittern kann? Ein Hai! Was? Nein, das ist voll eklig. Übung 1, das Teil. Lass mich poppen, bitte. Nö. Du Lutscher. Das war's, Bert. Die Gangster Gang. Nur im Kino. Das war's, Bert. Das war's, Bert. Die Gangster Gang.